Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schammer, der Pater, beziehungsweise ich bin Physiologe. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Lass mir auch gerne ein Like da für den Algorithmus oder ein Abo oder vielleicht sogar, wenn du sagst, geiler, kostenloser Content, eine Kanalmitgliedschaft oder ein Sengs. Ja, heute und auch im nächsten Video geht es immer wieder um Polarität, also Polarität, die berühmte, die immer wieder Leuten so zu schaffen macht und fast auch nicht um das Thema an sich schon immer so polarisieren, dass ich verstehe das immer gar nicht, aber ist es scheinbar. Ja, dazu ja auch mein neues Buch, übrigens Feuer und Flamme, sag ich dann mal am Ende des Videos, was so. So, hallo lieber Christian, von allen Dating-Coaches find ich dich am besten, vor allem mein Vertrauensverwechslendsten. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Leider habe ich mir mittlerweile so viele verschiedene und vor allem noch jemand mit Ausbildung, der geduldet wird auf YouTube. Wahnsinn. Leider habe ich mittlerweile so viele verschiedene Meinungen, sowohl im Internet als auch im Real Life angehört, dass mir hinsichtlich der Differenzierung zwischen Bedürftigkeit, Interesse zeigen und hinterherlaufen, aus Sicht der weiblichen Polarität nur noch Fragezeichen im Kopf sind. Man bekommt als Frau immer die Tipps, man solle sich rar machen, zum Beispiel mal keine Zeit haben, mal länger auf seine Nachricht antworten und nicht zu früh zu viel zu wollen. Zum Beispiel darf er sich angeblich nie sicher sein, dass man viele Gefühle für ihn hat. Das wirkt bedürftig und sei für Männer uninteressant, weil sie jagen wollen. Ja, okay. Mittlerweile bin ich schon in banalen Situationen überfordert. Ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung zu und ich weiß, dass viele eine andere Meinung zu haben. Ist mir auch wurscht. Macht das, was funktioniert, was euch für euch richtig anfühlt. Und ja, es gibt nur einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Polarität. Und ja, wieder Disclaimer großgeschrieben. Nein, die Polarität ist nicht festgebunden an das biologische oder auch soziale oder piepsi-pupsi-Geschlecht, was auch immer. Also das mal wieder dazu. Aber meistens heterosexuelle Beziehung ist eben so. Und ja, es gibt was bezüglich Dating, eben unterschiedliche Sachen. Und alles, was du hier geschrieben hast, mit dem mal keine Zeit haben, vielleicht auch mal ein bisschen warten, nicht zu früh zu viel wollen. Auch mal nicht immer so präsent sein. Das sind meiner Ansicht nach Tipps für die männliche Polarität. Weil in der männlichen Polarität geht es nur um Mission, 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 Mission. Warum das Ganze? Ja, es hat sich halt evolutionär ergeben, dass ein Mann, der eben was auf die Kette kriegt, dass der eben auch sorgen kann für eine Frau und ihre Kinder. Und deswegen geht es immer nur um Mission und Mission zeigst du eben nicht, damit, dass du den ganzen Tag Zeit hast, ellenlange WhatsApp zu schreiben und dich, weiß ich nicht, emotional auszuwringen den ganzen Tag. Das ist eben nicht männliche Polarität, ne? Also für Männer ist ja auch, wenn man sieht, was so Bad Guys machen und so. Und nicht, dass Bad Guys immer automatisch Polarität hat. Aber das ist halt viel das. Viele Frauen stehen einfach drauf. Und da gibt es auch Forschung zu, dass Männer, Frauen Männer interessanter finden, wo sie sich nicht ganz sicher sind. Also genau was du hier schreibst, nur andersrum. Wo sich die Frauen nicht ganz sicher sind, was der Mann für Gefühle hat. Und weißt du was? Auch Frauen wollen jagen. Das wird ja immer wieder vergessen. Aber gut, die wollen auch viel mehr jagen beim Dating. So, also, darf ich ihm sagen, dass ich ihn gut finde? Darf ich zuerst Kuss-Emojis sagen? Fucking ja, weil in einer weiblichen Polarität ist Hingabe, ist Kommunikation, ist weibliche Polarität, sind die Beziehungsexperten, Beziehungsstatus, alles weibliche Polarität, ne? Also absolut ja. So, darf ich ihm sagen, dass ich es schade finde, wenn wir uns länger nicht sehen? Also, mein Gott, wenn man das nicht mehr sagen darf. Ey, Alter, was wäre das für eine Welt, ey. Darf ich ihn fragen, ob wir zusammen sind? Oh Gott, das tut mir echt so leid, dass du sowas fragen musst. Tut mir richtig leid, ey. Wirklich, ist das doch das Normalste von der Welt. Und wenn du all diese Tipps befolgst, die hier stehen, dann kann ich dir genau sagen, was passiert. Du ziehst bindungsängstliche oder desinteressierte Männer an. Das ist, was passiert, ne? Du datest einen Uninteressierten, Desinteressierten, einen Bad Guy, einen Player. Und dann spielst du mit diesem, oh, ich melde mich nicht. Ich frage mal lieber nicht, ob wir in der Beziehung sind, auch wenn wir schon jeden Tag fünfmal rumpoppen, wie die wilden. Und dann, ja, damit fütterst du, also damit spielst du das Spiel des Mannes, der nicht richtig will, aus welchen Gründen auch immer so, ne? Und ja, vielleicht vertreibst du damit Männer, wenn du zum Beispiel sagst, haben wir eigentlich eine Beziehung? Ja, aber dann vertreibst du sie aus dem Grund, weil sie nicht deinen Standards entsprechen, ne? Und so weiter und so weiter. Eigentlich peinlich, dass man als Erwachsener vor solche Fragen gestellt. Ja, aber es ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld dieser ganzen Desinformationskampagne, hätte ich fast gesagt. Und genau, ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Video machen könntest, indem du am besten mit Beispielen mal die Unterschiede zwischen Interesse zeigen, hinterherlaufen und Bedürftigkeit veranschauen. Ich könnte es, gibt es schon alles in meinem Datingkurs für Frauen, guck da mal rein. Und ja, natürlich gibt es eins zu viel. Also, das ist jetzt alles unter der Maßgabe, dass man ein Leben hat, dass man selbstbewusst ist, dass man, das gilt für beide Geschlechter, dass man nicht darauf angewiesen ist, unbedingt eine Beziehung zu haben, dass man auch alleine klarkommt. Und dann machen diese ganzen Sachen Sinn, da war ich eine Polarität, ne? Klar, wenn du dem Mann alle fünf Minuten eine WhatsApp schickst und liebst du mich noch, liebst du mich noch, liebst du mich noch, was man als Frau durchaus fragen kann. Das kann man fragen, liebst du mich noch, findest du mich noch toll? Also, aber nicht alle fünf Minuten, ne? Natürlich gibt es da, ähm, ein Limit. Also, du darfst als Frau eigentlich, aus meiner Sicht, aus der weiblichen oder aus der weiblichen Polarität, darfst du alles. Äh, aber es sollte natürlich in Maßen sein. Aber dieses ganze, ähm, sich rar machen, warten, äh, nicht sagen, was man wirklich denkt, einen auf cool machen, eine der schlimmsten Datinganschläge für Frauen, die es gibt, meiner Ansicht nach. Meine Meinung und, ähm, ja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben.